so erst mal ein herzliches moinzen liebe euer bämi und herzlich willkommen zu diesem infovideo ihr seht ihr habt mir hier milchshake und eis gegönnt und wollte euch mal über einen stream informieren und zwar ihr habt ja schon lange nichts mehr gehört von mir und ich dachte mir ich werde am fünften neunten das ist ein montag glaube ich war das werde ich nachmittag abends in den live stream starten der geht um 16 uhr los da werden wir ein bisschen reitstern spiel spielen und ungefähr um 18 uhr stößt dann auch mc desaster dazu und dann werden wir ein verbandsgroßeben starten das heißt wenn einer von euch leitstellen spiel spielt wäre es ratsam in unseren verband beizutreten wenn nicht könnt ihr das auch während stream theoretisch tun aber auf jeden fall wie schon gesagt fünfter neunter um punkt 16 uhr ungefähr werde ich dann ins stream anschmeißen ich hoffe ich kriege das technisch mit einem technischen schnack hin und um 18 uhr wie schon gesagt geht dann das große event los und wir werden bis 0 uhr ungefähr werden wir einsätze bearbeiten und da werden wir ungefähr und ja wir haben dieses mal ein festes stream ende da werden wir ungefähr den stream beenden ich freue mich auf jeden fall auf euer zahlreiches dabei sein ich hoffe ihr seid wieder zahlreich am start sowie in den früheren zeiten und würde sagen bis dahin habt eine schöne zeit und wir sehen uns dann am fünften neunten bis dann